Moin ihr Roffels und herzlich willkommen zu einer neuen Folge oder eher gesagt zu der ersten Folge sliver.io Das geile ist nur das hat keinen Ton also könnt ihr mich ganz gut hören hoffe ich zumindest die hier schon ich nehme ein Brasiliens Kinder sie schön obwohl obwohl ich hab nie gab ja noch 90 ganz schwarze ich nicht hey wo ist der das ist komplett schwarz ich nehme mal den der sieht gut aus alter bin ich hier gut gespawnt ich bin nicht groß schon wieder oh ja lecker schmecker also da Mathis also einer auch einer von meinen Kollegen ne guten Tag mein Lieblings Wahnsinn so viel dazu ähm der ist hier auch so wenn ihr wollt dass wir können mal versuchen also er guckt gerade so nach er zu Problemen gell du hast da gerade so Probleme mit dem aufnehmen und sowas ja ich finde da nicht ich weiß auch nicht wie man sein Handy votet oder sowas ich muss erst noch ein bisschen weiter gucken ja aber ich werde schon weiter ach übrigens ich heiße übrigens in WeLife Mike genau NEIN der greift sich ein ich habe ich habe ihn getötet respektive respektive das war einfach mit Rüstet Fail des Jahres ach wie geil ich liebe dieses Spiel und euch natürlich natürlich als Community äh in meinen Community äh als halt freuen oder als ich mag euch halt weil ihr meine Videos schaut und laidest fressen alles als ob der mich gar die Kälte hat mit uns ich wollte ja auch so einen Ausdruck sagen, aber... Auszüge sind dabei nicht drin die muss ich dann entweder sag ich sie einfach oder ja vielleicht kommt heute noch mal sogar ein Video, wenn ich Bock hab richtig ich hab heute ja meinen Kanal erstellt und ich hab so Bock grad YouTube so aufzunehmen, so richtig, ne? Ne? Ja Entschuldigung, ich war grad auf etwas anderes konzentriert. Was machst denn du? Ich muss grad ein paar Sachen löschen Warum? Weil, ähm, ich hab ziemlich viel Scheiß auf Mandy Als ob das immer noch nicht funktioniert bei dir Weil wir wollten ja eigentlich so Minecraft machen, ne? Zusammen? Ja, ja, das wird auch bald kommen Wenn du's überhaupt schaffst Ich hab ja jetzt grad etwas Muss ich erst mal ausprobieren Ja, Leute, ähm... Es ist sicher, ja... Oh, Alter, ich mach voll Bock, ich spiel irgendwie Nicht in mir reinreden, sonst hören die mich nicht Könnte zumindest sein Könnte zumindest sein Vielleicht hört man mich ja doch Vielleicht bin ich in dem Video da lauter Ich hab glaub ich ja noch nicht, ne? Weil ich trage ich aber das für jeden Mal Ich weiß es nicht. Ich muss gucken. Sehr cool. Wir könnten... Hey, Kleiner! Oh, ja! Oh, ja! Lecker! Oh, ja! Lecker! Oh, ja! Oh, ja! Lecker! Oh, ja! Nochmal! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Ja, geil! Oh, das ist so lecker! Gell, Freunde? Schreibt in die Kommentare lecker! Oh, ja! Nein! Du kleine Missgeburt, wolltest mich töten! Oh, Entschuldigung! Das wollte ich jetzt nicht sagen! Es tut mir leid! Es tut mir leid! Wenn wir jetzt sterben, egal wie früh, ist die Runde vorbei. Äh, die Folge hier. Oh ja! Lecker! Schmeckerer! Reul! Alter, lecker! Neu, 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 give it, give it, give it. Thank you. Vielen Dank. Vielen Dank.